Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks, Master of Shadows. In der letzten Folge mussten wir leider dem Tod von Oskan beiwohnen und ihn mit ansehen. Und jetzt müssen wir zurück zu unserem Hideout, was wir jetzt auch hoffentlich unbemerkt tun werden. Zack. Oh. What the fuck away? Holy shit. So, ich schmeiß dir davon eins ein. Das letzte. Nein. Hält er sich da daran fest? Ähm. Ich trau mich nicht so wirklich, mich darauf zu verlassen. Holy shit. Wirklich? Komm her. Finde es heraus. I'm a fuck you up. Und look at it down. Look at it down. Jawohl. Sucker. Oh, Elender. Ich glaube nicht, dass der sich daran festhalten wird. Gibt es hier keinen anderen Weg darüber? I don't like this. I really don't fucking like this. Aber ich versuche den Weg zu... Den am... Möglichst dir... Den am... Boah. Den möglichst direkten Weg zu nehmen. Oh, mein Gott, des Willen. Komm, zieh dich hoch. Hopp. 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 Oh oh. Goddammit. Nobody's there. Da hinten ist unser Hideout und da schwirrt aber so ein Mistvieh rum. Ich sehe es genau. Insufficient Ember. Ach so, ich hätte aus Versehen die Taste zum Unsichtbar machen gedrückt. Lässt du mich in Ruhe? Hopp. Hopp. Alter, was dich... Fallen! Let's try this again. Ge weg von mir. Fucker. Oh! Oh! Glück, Hubs. Leck, hey. Komm. Put, 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 put. Put, 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 put. Können wir den nicht einfach nur... Kusch! Mach ich auch immer gern. Oh! Oh, da geht's aber mal richtig tief runter. Und zwar so richtig, richtig tief. Oh, der war knapp. Sowas kann auch mal böse ins Auge gehen. Richtig böse. What's going on outside? Und da geht er down. Du siehst es aber jetzt nicht, oder? Nein, er sieht nichts. Oder er will nichts sehen. Vielleicht kann er den Kerl hier einfach nicht leiden. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nobody knows. Nobody knows. Und da geht er down. Perfekt. That's how I like it. Bleib's da. Hey, den Trank nehmen wir mit. Und dann... Schauen wir doch hier mal, wie wir hier am besten rüberkommen. Unbemerkt. Was da drüben war keine so gute Idee. So, erstmal hier drauf. Find ich schon mal super. Dann nehmen wir uns ein bisschen Ember. Für den Fall, dass wir uns unsichtbar machen müssen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Dann hopp. Oh, oh. Oh, shit. Gut. Gut, gut, gut. Zack. Puh. Das war schon mal ein wichtiger Schritt. Auf unserem Weg über diese gottverfluchte Brücke. Ach nein, da hinten führt ja auch noch dieses Mistviewee da noch rum. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Das kann nur böse enden. Das kann nur böse enden. So, gehst du da vielleicht auch mal weg jetzt, da hinten? Jawohl. Let's. Finally. Are you kidding me? Sucker. So, nichts zu sehen. Dein Hutzipfel guckt ein bisschen raus, Ficks. I'm just saying. Nobody. Nobody. My name is nobody. Puh. So was hätte auch böse enden können. Oh, das war der falsche Knopf. Scheiße. Ich wollte mich ansichtbar machen und hab die hab diese Ansicht reingemacht, diese Dübissicht. Das ist ja mal geil. Tja, kommt passieren, ne? Geh weg. Hör auf. I prefer hunting orc. They're not so sneaky. So. I'm not an orc. I'm Styx. Masked of Shadows. Get your blades out, men. We've got company. Go away. Puh. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Nice. Damit sind wir bei unserem Hideout. Hey, mission completed. 235 Skill Points. I should steal the rally. Okay, haben wir uns natürlich mal wieder nicht geschafft. Alle anderen Nebenmissionen haben wir erfüllt. Statistisch ist eine Stunde 26 hat der Spaß gedauert. Okay, Alerts triggered, Enemies killed, Enemies left alive. So viele Enemies left alive. Eigentlich sollte man es mal mit dem Vorsatz in eine Mission gehen, dass man einfach mal alle Gegner umbringt. Einfach mal komplett ausreitet, die ganze Karte. Aber es wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Und wir haben leider nur 11 von diesen 40 Tokens gefunden. Na gut. Autosave. So. Ambassador und Hideout. Okay. Dann schauen wir doch mal, was uns in unserem Hideout so erwartet. Pick up, gibt's nix. Activate. So. Natürlich hier die ganzen Sachen mitnehmen. Ich habe noch nie, außer wie es mal so mit einer Mission angegeben war, dieses Acid benutzt. Messer kann man immer brauchen. Ganz wichtig. Zu dem quatschen wir gleich. Erst kümmern wir uns um unsere Skills. Was ist denn da als nächstes wichtig? Ach, das... Ne, das könnten wir lernen, wenn wir die Skillpunkte dafür hätten. Puh. Born Killer. Ich habe jetzt Boner Killer gelesen. Gott, das will. What a dirty mind. Was kommt das? You automatically become invisible when you control your clones. Cloning and stealth trees must be fully unlocked. Braucht eigentlich nicht, wenn ich einen Klon erschaffe... Bin ich eigentlich immer an einem Punkt, wo mich keiner finden kann. Your aerial and covered kills are now muffled. Kill and the guilty trees must be fully unlocked. Your aerial and covered kills are now muffled. Covered kills muffled wäre praktisch. Omniscience. Ember Vision allows you to detect enemies and tokens through walls. Master of Vials. Vials of Life and Ember that you consume refill your gauges to the full. Das wäre noch praktisch, aber dafür müssten wir erst andere Sachen vervollständigen. Dann schauen wir doch erstmal hier. Stealth is full. Agility. Was kannst du? The distance over which you can throw projects is now doubled. Das ist gut. Ich muss oft noch näher ran, als ich möchte, um jemanden umbringen zu können. Ember Vision. I'm twice as long. Eigentlich braucht es das ja mal überhaupt nicht. Was ist das? Master of Ember. Can carry an extra Vial of Ember. Das möchte ich noch lernen. Und dann haben wir alles voll, außer den Ember Vision Tree. Und dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Und schauen mal, was unser Freund hier zu sagen hat. I am sorry that we did not manage to save Quirberus. It is a perilous situation. But you can still get there before Sticks. I'd like to, but how? Reborn. Aeron is in the process of seizing power. The humans are locking us up inside our own incubator, where the empty cocoon is to be found. Aeron has the key. Take it from him. Free my king. And we will do everything in our power to slow down Sticks. Because only you can defeat him. It is in the Amber. Sounds good, Soothsayer. But why don't you kill him yourself? We have all been too closely linked through the Amber and for too long. We cannot strike a fatal blow against him without him being aware of it. But you, Reborn. He will be unable to listen to your thoughts. I don't even know why Sticks wants to reach the heart of the tree. Maybe I'll find answers there. But crying out loud. Very well. I'll free your elves. But you got to swear, that not only will you get off my back, but also that you will never speak inside my head again. Not a fucking word. I got this burning desire to think my own goddamn thoughts. You have my word. Hey, can I do not understand. I have only my own thoughts in my head. Ach so, I have to do it again. Genau. It does not hurt. It does not hurt. There is the mission start. Arrrr. Ops. Lalalala. So. Zack. Hä? Hei dort non-preisig. What? Braucht's das jetzt? Nö. Waren wir doch grad. Dann starten wir die nächste Mission. Wir haben unsere vollen Unterstützung, Bruder Arryn. Danke. Meine erste Decree war die Introduktion eines Kurfews für die Elf. Meine zweite Decree wäre zu entspannen alle Smuggler, die in unseren Jäulen sind. In diesen schwierigen Zeiten, unsere Räste muss die Räume verlassen, und ein Konflikt Mensch wird immer mehr wert als ein Elf, sogar wie ein Ambassador. Meine Brüder, es geht um uns, die Räste superiorer, um unsere Recht in der Natur der Dinge zu ermöglichen, und um die Regierungen des Regierenden. Bravo! Du, mein Freund. Du hast wirklich viel Geld zurückgebracht. Ja, du. Du, du. Gut. Ich werde den ersten Flugzeug, um zu dem Empferen zu gehen und zu dem Empferen, und meine Titel zu formulieren. Nach meinem Rückweg, die Elf werden in der Distille. Die Umgebung wird geschlossen, und wird von einem meiner Agenten verletzt. Er wird allein in meiner Absenzierung haben. Ist das klar? Er ist richtig! Herr, Herr, Herr! Ein Agent? Ich muss wissen, wer es ist. Er muss die Schlüssel haben. Sie müssen nicht beobachten werden. Ich hasse solche Missionen. Und es ist mal wieder typisch, die Menschen halten sich mal wieder für was Besseres. So. Nein! Was machst du denn da? Wie soll man sich denn da anschleichen? Nein! Holy moly! Found nothing suspicious! Oh, nein! Ich höre kräfe! A little push! Just a little push! So. No one. Saw me. That's awesome! That's just fucking awesome! Oh! I see you must not be seen! Goddammit! Goddammit! Ja gut! Diese Mission so richtig starten werden wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald! .